Hallo, schönen guten Tag. Wir sind die Doonuts und sagen herzlich willkommen hier bei Pledge Music und bei unserer offiziellen Pledge Music Kampagne. Was ist das? Schaut euch um. Im März 2013 nehmen uns die wunderbaren, oft kopierten und nie erreichten Floggin Molly mit auf unsere erste US-Westküsten-Tour. Ja Mann! Und da möchten wir euch dabei haben. Und zwar in Bild und Ton und so nah wie es eben geht. Was haben wir also vor? Wir wollen eine Tour-Doku drehen, eine richtige Tour, DVD, ein Roadmovie und ein großartiges Live-Album mitschleiden. Was könnt ihr, liebe Freunde, also tun, um uns bei diesem Pledge-Projekt zu unterstützen? Ganz einfach. Wir haben da unten ein paar Angebote für euch, die könnt ihr nicht ablehnen. Das ist der helle Wahnsinn. Moment mal! Wie funktioniert eigentlich Pledge? Wie machen wir das hier? Ganz einfach. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, das sind dann 100%. Und wenn wir diese 100% erreichen mit eurer Unterstützung, dann können wir diesen Film machen und dann können wir dieses Live-Album machen. Aber auch nur dann. Sollten wir also nicht bei diesen 100% ankommen, die wir erwirtschaften wollen, dann gibt es natürlich folglich auch kein Live-Album und keine DVD. Wir wissen aber natürlich, dass das sowieso funktioniert, weil auf eure Hilfe konnten wir schon immer zählen. Wir sagen danke. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Seid dabei, unterstützt uns hier bei Pledge und dann sehen wir euch hoffentlich mit dieser DVD, mit diesem Live-Album. Alles im Jahr 2013. Mann! Wie geil!